hi mein name ist dominik braun und in diesem video möchte ich euch mal die lektorat und korrektorat funktionen vorstellen die wir in word so zur verfügung haben und an der stelle auch gleich erklären wie läuft denn eigentlich ein lektorat und korrektorat bei mir ab also zum beispiel wenn jetzt ein kunde auf mich zukommt und sagt ich möchte ein buch oder einen blog post lektoriert und korrekt korrigiert haben dann gibt es ein ganz klares prozedere dass ich durchlaufe und dieses prozedere das möchte ich euch in diesem video vorstellen so ich arbeite in diesem video beispielhaft mal wieder mit einem beitrag den ich mir von meiner work life balance coach seite kopiert habe und zwar ist dass der hier wie kommt kommt man in den flow zustand genau also falls ihr die seite noch nicht kennt könnt ihr gerne mal vorbeischauen super super spannende beiträge auch von gast autoren eben rund um das thema work life balance gesundheit bewusster lebensstil so also ich habe mir den text kopiert habe absichtlich ein paar fehler eingebaut damit ich jetzt auch was zu korrigieren habe und als allererstes wenn ich so einen text bekomme und ihn mir in word kopiert habe beziehungsweise bei einem buchmanuskript das mir jemand schickt ist das logischerweise von anfang an schon in word stelle ich die überprüfen funktionen an also das heißt änderungen nachverfolgen und in dem moment ist es jetzt so alles was ich jetzt hier korrigiere wird am rand vermerkt das heißt der nächste der jetzt dieses dokument öffnet kann genau sehen was ich hier verändert habe und das ist ja auch die idee dabei dass derjenige der mir den auftrag gibt sehen kann was ich verbessert habe so wir fangen jetzt mal an wenn wir jetzt hier den text lesen ihr werdet jetzt gleich sehen hier haben wir schon den ersten fehler hat wahrscheinlich jeder schon einmal erlebt müsste das heißen also in der gegenwartsform das heißt wir nehmen das e hier raus wir löschen das und zack wird es rot wenn man rein so sieht man auch dass das durchgestrichen ist gut bei einem e ist es natürlich schwer zu sehen weil das in der mitte halt auch einen strich hat aber das ist durchgestrichen wird rot gemacht und an der seite links wird hier etwas markiert so wenn wir jetzt weiter lesen stellen wir fest dass nach ausblenden ein komma fehlt das heißt ich setze da ein komma hin und auch hier sofort wieder der strich und das komma wird in rot dargestellt also sowohl sachen die ich hinzufüge als auch sachen die weggenommen werden werden rot markiert also entweder durchgestrichen rot markiert oder einfach normal rot markiert so und der letzte fehler den ich hier in der einleitung noch verbessern möchte ist hier unten kommen schreibt man natürlich mit doppel m so das heißt wir hätten jetzt drei fehler verbessert ich würde das jetzt zu speichern und das ist zumindest die eine wichtige funktion änderungen nachverfolgen einzustellen und dann alles was ihr verändert wird dann rot markiert dass der nächste der mit dem dokument arbeitet genau sehen kann was daran verändert wurde eine weitere wichtige funktion ist noch dass man kommentare hinzufügen kann das mache ich wenn es mehr so um inhaltliche aspekte geht also wenn ich sagen will ich bin mir nicht sicher ob der autor vielleicht da eine ganz bestimmte intention dahinter hatte warum er das so und so geschrieben hat vielleicht wegen der suchmaschinen optimierung oder vielleicht auch weil ein ganz bestimmten schreibstil im kopf hatte um eine ganz bestimmte zielgruppe anzusprechen was auch immer deshalb wenn ich jetzt mit irgendwas nicht zufrieden bin sagen wir einfach mal dieser text ist in der du form geschrieben und ich würde dem autor vorschlagen vom thema von der zielgruppe her würde sie besser passen dann könnte ich das in irgendeinem bereich wo das du auftaucht schauen ob das überhaupt ob es überhaupt ein du ja doch genau also wir markieren hier mal dass du oder von mir aus können auch den ganzen satz markieren und schreiben jetzt hier einen neuen kommentar an den also eine notiz für den autor ich würde diesen text in der sie form schreiben das heißt logischerweise würde ich jetzt jedes du in diesem text durch ein sie ersetzen und entsprechend müsste man natürlich auch die ganzen verben ändern wenn sie in den flow kommen möchte 10 soll 10 sie also alle faktoren minimieren die dafür sorgen könnten dass sie ihren fokus verlieren rennen so also ich will jetzt natürlich nicht das komplette dokument auf du und sie prüfen weil dann bin ich ewig beschäftigt und darum soll es ja heute gar nicht gehen es soll darum gehen dass ihr einfach diese funktionen kennen lernt was ihr damit machen könnt sagen wir es einfach mal ich bin fertig mit meinen änderungen die ich gemacht habe ich habe einen kommentar eingefügt und habe ein paar sachen verbessert dann würde ich jetzt dieses dokument an den jeweiligen kunden zurückschicken in der form so dass er wenn er jetzt das dokument öffnet wird es bei ihm ein bisschen anders aussehen dann sind die sachen die hier verändert wurden sind glaube ich dann in blau oder so also dass er sehen kann autor dominik braun hat an dem text das und das bearbeitet und dann gibt es jetzt die option dass er eben jede korrektur prüfen kann und sagen kann ja die nehme ich an oder er kann auch sagen nee das will ich so lassen wie es im ursprünglichen zustand war also bei mir persönlich ist das so ich mache es in der regel in den meisten fällen so dass ich den kunden zwei dokumente schicke schicke also einmal das wo sie nachverfolgen können was ich korrigiert habe also wo die ganzen bemerkungen und nach wie sagt man denn die ganzen striche am rand sind und diese ganzen roten markierungen eben zu sehen sind und ein dokument wo ich die ganzen änderungen schon übernommen habe also zum beispiel kann es ja sein dass das kunden gibt die ein sehr sehr langes buch geschrieben haben die gesagt die zu mir sagen ich vertraue dir einfach blind ich will da jetzt gar nicht noch mal drüber schauen ich werde alle änderungen so übernehmen wie du mir das vorgeschlagen hast oder so deshalb immer zwei dokumente die ich meistens schicke einmal wo die ganzen änderungen mit eingearbeitet sind und einmal wo der auftraggeber nachverfolgen kann was habe ich denn jetzt hier rot angemerkt und er kann dann noch mal prüfen ja will ich das annehmen oder will ich nicht annehmen und das ganze läuft jetzt wie folgt ab wir haben hier die möglichkeit dass wir wenn wir jetzt an dieser stelle gehen zum beispiel hier wird der autor jetzt sehen okay ich habe ein also dass ich als lektor und korrektor dieses e hier durchgestrichen habe das heißt er kann jetzt hier draufklicken und sagen annehmen und weiter das heißt wir seht jetzt ist es nicht mehr rot sondern es wird verbessert so wie es korrekt sein sollte und der strich am rand verschwindet auch und so kann man sich jetzt durch dieses komplette dokument durch navigieren denn es springt jetzt automatisch zur nächsten stelle wo etwas markiert ist und auch da kann man jetzt entschieden entscheiden annehmen oder lasse ich so wie es im ursprünglichen zustand war also würde man logischerweise annehmen und weiterklicken dann ist ganz offensichtlich ein und auch das hier würde man logischerweise verbessert haben wollen so hier unten ist es jetzt natürlich so eine geschmackssache wie gesagt du oder sie form das heißt hier könnte jetzt zum beispiel der auftraggeber sagen nein ich will das in der du form lassen das heißt er würde dann nicht auf annehmen und weiterklicken sondern würde es auch so lassen und eine hübsche funktion die er hat oder die auch ich habe ist dass man einfach hier auch klicken kann auf alle änderungen im dokument annehmen das heißt dieser satz hier wo wir ja diverse verbesserungen hatten muss man nicht stück für stück dann irgendwie durch springen sondern ich hätte jetzt hier alle mit einem klick sozusagen übernommen und der satz würde jetzt in der sie form sein so das sind also die groben funktionen funktionen die ihr über diese überprüfen oder änderungen nachverfolgen funktionen in word habt also einerseits ist es natürlich gut für euch zu wissen wie läuft es ab wenn ihr jetzt zum beispiel mit mir zusammenarbeitet und ich ein buch oder ein blogbeitrag lektoriere und korrigiere oder aber es ist natürlich für euch selbst interessant wenn ihr einfach irgendwie unter kollegen oder unter kommilitonen vielleicht gegenseitig eure texte korrigiert dann könnt ihr natürlich auch von dieser funktion gebrauch machen ja das war es auch schon mit diesem video ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen wenn euch dieses video gefallen hat lasst ihn doch gerne einen daumen nach oben da und abonniert meinen kanal wenn ihr weitere inhalte dieser art sehen mögt ich bedanke mich fürs zuschauen wir sehen uns im nächsten video wieder macht es gut